hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dem let's test und zwar heute ist dies max the cross of brotherhood dran und zwar ist es nur eine demo weil ich würde mir das spiel jetzt nicht komplett erstmal holen weil ich jetzt erst mal spielen wollte und wir fangen auch direkt an weil dieses weiß ist es ja ein jump and run müsste es sein sobald ich es damals so wo ich es mir downgeloadet habe gesehen haben und ja ist die einzelne mit der kamera ist auf brüder ist ja logisch und alles kaputt von ihm denke ich mal wenn man das zimmer teilen muss oder auch so ach so ja gut warum nicht würde ich jetzt erst mal meinen in dem sinne ich meine okay schaden hat kapitel 1 bis 2 schon mal es müsste jetzt eigentlich lauten aber es stört jetzt nicht wegen internet weil ich momentan kein internet habe das cape drücke ich jetzt nicht auch wenn ich überspringen könnte aber wir lassen es erstmal jetzt wird so gar nicht kenne nur gesagt ab und zu besser gesagt gesehen dass es recht gut sein soll ja felix nicht da ja wo hat er das hingesteckt hat die brille seite auch was hat immer okay also mit der st jump ist immer gut wird mich umbringen warum muss ich meinem bruder jetzt helfen den ich so gerne ich mag gerade stehen ach so hoch okay zur seite was ist das für ein ogre vie alter das ist als ob das viege angeht hat es gibt wahrscheinlich noch irgendwelche secrets wenn man das spiel komplett hat schon liegen ob ich mit monster feilt hast da unten äh mit s dann brauchst du jetzt irgendeine übelst geile taste oder c oder steuerung oder was das wackelt ok können die erstmal zufälligerweise ist natürlich genauso ein absprung dass man noch ein stück höher kommt ich meine grüne däne ok für die sequenz mit der oge ein oge ist nicht ist zu eibig felix hat nein 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 nicht essen von uns schon ergreifen und rüten weg oder was wotda f gönn dir gönn dir ach so Jo, wahrscheinlich. Hä, wieso bin ich jetzt nicht weitergekommen? Hä? Geht nach unten. So, spring, spring. So, flieg. Jetzt falle ich wieder runter. Hä? Du bist ja da nicht durchgegangen. Fuck, wie dumm ist das denn? Ja gut, äh... Gesicht ist prinzipiell tot, ne? Also... Ich wär jetzt Matsch gewesen nach der Landung angesehen, so... Mit dem, äh... Felsen gekuschelt hab. Also... Wär jetzt echt komisch gewesen. Ich glaub einfach mal, dass ich jetzt richtig gemacht hab. Ich glaub nicht, dass ich jetzt durchrennen hätte sollen. Oh nein! Jetzt runter. Okay, Anlauf und... Schon wieder. Ja, freie Fläche. Ja, guuuuut. In der Wüste. Äh... Möglich. Ich würd mal meinen, dass Fridifida immer gala, ja? Denn alle Foliage-Weine... Ja... Hängen an der Leine... Ja... Ja... Äh... Die Kamera... Wo ist irgendwie... Die Beleuchtung, das ist... Das... Auch so... Eventuell eine Schlange... Kann man das vielleicht eventuell selbst malen, dass es vorgegeben wurde? Wie ist das? Ja... Keine Ahnung, gerade. Ja... Oh mein Gott! Wie ist denn scheiße ernst? Warum bist du jetzt runtergefallen? Warum? Gott! Beide hoch... Warum? Der kommt noch zu, ne? Was ist da oben jetzt? Ende von! der demo wahrscheinlich also die untertitel sind echt ich kann mich überhaupt nicht näher wenn er unten den tag steht und ihn noch an er hat keine waffe was war das jetzt sand mehr als nächstes kapitel das ist kaputt gegangen das schiff und jetzt ist ja mein magic mushroom drin was ist da los dinge du wärst wieder tot du bist kacke kann ich jetzt malen oder wie dein jans 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 Schiff Wow Oh, das ist das? Oh, das ist das? Komm schon, jetzt hoch ist das wieder. Geil! Scheiße. Okay. Geil! Hä? Steh ich jetzt? Steh ich jetzt, wer da hochkommt? Ich weiß gerade nicht. Ich will das machen. Hä? Das spiel ich mit so hoch, ey. Was soll ich hier machen? Hä? Was spiel ich mit so hoch, ey? das dafür brauche ich schon zu lange hier ach so wie ich da rüberkommen wahrscheinlich rausziehen jungs ich höre bestimmt auch extra bonus dann und also 70 okay wenn ich die normale gegner oder sowas quasi grünen was ist das war ein omelette schau ich Also okay Good Oh Oh no Alter Dieses Spiel Kann ich auch rein Da lang gehen Ach so Da muss man ja wirklich denken Das ist nicht immer das nur abends aufzunehmen Alter Okay Ich mache hier Pause Ähm Ja Spiel Ist recht Neues eigentlich Wenn ich die Kessel verkacken würde Scheiße Na gut Ich bedanke mich fürs Zugucken bei der Folge Und äh Schreibt was in die Kommentare Was ihr euch gerne wünschen würde Was ich gerne Aufnehmen könnte Ja Ähm Ich bedanke mich fürs Zugucken Und bis zum nächsten Mal Ich bedanke mich